So liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderbaren Rutsch und einen guten Start in dieses Jahr. Und natürlich wünsche ich euch, dass dieses Jahr richtig, richtig gut wird. Das wünscht, glaube ich, jeder. Und wir geben direkt Vollgas. Aber bevor wir mit dem Slalom Golf weitermachen, mit dem größten Projekt, was ich jemals angefangen habe, gehen wir one step back zu meinem Cabrio. Ja, mein Cabrio ist seit Anfang, oder ja, was war es, März, April, letzten Jahres in weiß lackiert worden. Seitdem sind einige Sachen angefallen. Und zwar habe ich herausgefunden, es war eine sehr, sehr schlechte Idee, kein Klarlack auf den Lack zu machen. Dementsprechend sieht der Lack jetzt aus. Ja, das Auto steht jetzt mittlerweile schon sechs Wochen. Ich bin ab und zu mal gefahren, aber irgendwie komme ich nicht so ganz dazu, weil der Bus aktuell einfach mein Daily ist. Das ist einfach, ja, gemütlicheres Fahren. Und bei dem Cabrio steht einiges an. Und zwar weiß ich nicht, ob ich das auf Kamera raufkriege, aber meine Radlager hinten sind fertig. Die sind auch schon sehr, sehr lange fertig, aber irgendwie so, naja, wie soll ich sagen, bin ich noch nicht dazu gekommen. Jetzt ist der Fall, dass meine Halle aktuell belegt ist und wir sowieso nicht weitermachen können am Slalom Golf. Deswegen habe ich mir gedacht, wir tun dem Cabrio mal was Gutes. Ich hole jetzt Sebi ab, dann gehen wir einmal waschen. Das Auto ist sehr, sehr, sehr dreckig. Dann müssen wir noch eine Leiste ankleben und wir gucken, dass wir Radlager machen. Dafür müssen wir aber den Sebi fragen, ob ich morgen eventuell in seine Garage rein kann. Denn sein Fiesta ist aktuell in der Werkstatt. Ja, und das wäre perfekt, wenn die Garage frei wäre, dass wir da auf Oldschool-Basis einmal wieder reingehen können. Ja, aber zuerst müssen wir Sebi einmal abholen. Ja, immerhin springt dieses Auto noch an. Oh, ich habe keinen Sprit mehr. Sieht sich mal einer diesen wunderschönen Mann an. Lange nicht mehr auf dem Kanal gewesen, aber immer wieder eine Freude, wenn er da ist. Und Sebi, die Zuschauer wissen schon, dass ich eventuell einen Anschlag auf dich vorhabe. Oh. Deswegen würde ich jetzt einfach mal live vor Camp fragen. Hast du morgen eventuell Zeit und Platz in der Garage? Ja. Weil wir werden bei der Fahrt gleich mitkriegen, dass der Auspuff nicht das lauteste an diesem Auto ist. Und das würde ich gerne mal machen. Ja, alles klar. Ja, wäre das cool. Alles klar, danke dir. So, dann würde ich jetzt sagen, fahren wir erst mal den Haufen waschen. So, in der Waschbox angekommen, haben wir gerade festgestellt, dass das Auto irgendwie sehr, sehr komisch riecht. Auto kaputt. Und kaputt ist er auch. Und was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass ich meine Radlaufverbreiterung verloren habe. Also, machen wir morgen Radlager und wir kleben den Scheiß wieder zusammen. Oh Mann. Drei Fahrt getroffen. Ein bisschen windig. Ja. Ja, wie ich es ja schon erwähnt habe, war das nicht die beste Idee auf den Lack. Kein Klarlack mehr drauf zu machen, denn der ganze Dreck frisst sich einfach nur in die matte Oberfläche rein und ist eigentlich so gut wie nicht mehr wegzukriegen. Gerade so diese Stellen, die sind halt einfach reingebrannt. Also, wird er dieses Jahr vielleicht auch nochmal neu lackiert. Super. So, liebe Freunde, es ist der nächste Tag. Ich habe jetzt gerade meinen Radlagersatz geholt und, ja, ein kleiner Tipp von mir, geht einfach auch mal zu den lokalen Autoläden, die ihr habt und unterstützt die einfach. Die Preise sind auch nicht so viel teuer. Ihr habt eine direkte Beratung und, ja, macht das einfach mal, anstatt im Internet zu bestellen. Die brauchen nämlich euer Geld. Ja, ich fahre zu Sebi und dann knallen wir die Radlager rein und gucken mal, was noch so ansteht. Ich hoffe, man kann es hören. Das Singen der Radlager. Aber das ist gleich vorbei. Tada! Tada! Wir fangen jetzt an und werden einmal die Radschrauben lösen, Rad runter, Zentralschraube raus, Trommelbremse runter oder Bremstrommel runter und dann kommen wir eigentlich schon ans Lager. Müsste relativ easy gehen. Sehen wir gleich. Also, wen hier brauchst du nicht warm machen. Sicher. Jo, ich finde es nicht kalt. Okay. Dann wird's. Außer du frierst. Ja, das ist gut. Nee, 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 nee. Das klingt nicht so... Oh, Mann! Da ist ein Loch drin, ne? Oh. Hä? Schatz. Oh, Mann! Alter, jetzt hat es den kompletten... Oh, Mann! Komplett mit Radlaufen gebürtelt, Alter. Alter, schade. Naja, hier die Augen, aber die ist komplett weg. Aber komplett. Jesus Scheiß. Wann ist das denn? Scheiße. Och, leck mich doch am... Ach, nö. Och, nö. Oh, das sehen. Oh, Fokus hier. Ach, du... Alte Autos sind einfach spitze. Ja, okay. Klingt gut. Jetzt haben wir hier diese große Zentralmutter, die das Radlager quasi gegen den Konus presst. Wenn man ein Radlagerspiel hat, beim Golf 3 zum Beispiel, könnte man diese Mutter jetzt nochmal ein kleines Stück fester ziehen, aber nur ein kleines Stück, weil sonst macht man das Lager richtig kaputt und könnte eventuell das Spiel ausgleichen. Was wir jetzt aber machen ist, wir machen es einfach neu, weil ich habe es jetzt schon geholt. Ja, war einfach lose. Also, in dem Fall hätte es auch gereicht, die Schraube eventuell nochmal ein Stück nachzuziehen, aber wir machen es jetzt einfach einmal neu. Okay, dann fertig ist die Laube. Ne, das ist halt so, die lösen sich halt von der Zeit ein bisschen. Also, du darfst die ja nicht festschrauben, weil... Das ist ja drin. Genau, du klemmst das Lager eigentlich nur... Hier ist jetzt eine Scheibe drunter. Ja. Die sitzt hier. Und diese Scheibe klemmt jetzt quasi das Lager in den Konus. Also, hier haben wir jetzt das Kugellager, das Schrägrollenlager und machen wir hier einen ASMR-Versuch. Ja. Das Lager ist fertig. So, dann nehmen wir einmal unser neues Lager. Schmieren einmal erstmal in die Bremstrommel. Schön neue Schmurze rein. Und das Lager schmieren wir auch gleich mal ein. Und immer dran denken, mit dem Fett nicht sparsam sein. Schön einschmutzen alles. Den Axtzapfen müssen wir jetzt einmal nochmal fetten. Natürlich vorher das alte Fett auch runter machen. Die Trommel wieder draufsetzen. Jetzt das kleine Lager nehmen. Schön einschmutzen. Die Scheibe wieder drauf. Und jetzt wird quasi mit der Mutter die Scheibe gegen das Lager gespannt. Dann müssen wir jetzt relativ mit Feingefühl die Mutter festziehen. Immer mal wieder durchrollen. So, dann... Ja, toll. Ich brauche zwei Lager. Alles hat vorhin so geknirscht. Jetzt hörst du gar nichts mehr. Perfekt. Aber wir müssen jetzt noch ein zweites Lager holen. So, wir sind zurück. Zweite Radlager ist da. Das mache ich jetzt noch schnell rein. Und das filme ich jetzt auch nicht mehr. Weil wir haben jetzt gerade einmal gezeigt, wie es funktioniert. Und wir sind ja hier auch kein Reparatur-Tutorial-Kanal. Deswegen mache ich jetzt schnell die zweite Seite. Und dann müssen wir mal so ein bisschen die ganzen Leisten wieder festkleben. Und mein Radlauf vorne, den ich verloren habe. Und... Ja. Dann gucken wir mal. Ja, kurzes Update. Radlager sind ready. Und wir haben jetzt gerade noch mal mein Verdeck ein bisschen gepflegt. Ganz notdürftig. Mit Panzerband. Weil halt einfach überall Risse drin sind. Und überall das Wasser reinläuft. Deswegen dieses Jahr muss da definitiv ein neues Verdeck drauf. Und... Da weiß ich noch gar nicht genau, wie ich das mache. Ob ich mir irgendwo ein gebrauchtes hole. Aus dem Schlachter. Oder ob ich mir doch ein neues hole. Aber die Preise allein für die Überzüge sind halt schon relativ... Hab ich. So, was wir jetzt machen, ist... Wir müssen mal diese ganze Problematik hier lösen. Das werden wir jetzt mal versuchen, alles wieder anzukleben. Auch vorne mein Radlauf. Der sich ja komplett gelöst hat. Da gucken wir jetzt mal, wie wir das machen. Ich glaube, den Radlauf vorne werden wir einmal komplett nochmal abmachen. Und komplett neu rankleben. Und die Leiste hier quasi genau das gleiche. Und hinten auch. Aber da muss ich mir auch was einfallen lassen. Weil das sind ja diese Billo-Zubehör-Radlauf-Verbreiterungen. Die passen nicht so hundertprozentig. Da muss ich auch alles wegschneiden. Irgendwie so. Und das ist einfach alles kacke. Machen wir auch irgendwann neu. Und am besten Original. Oder wir schweißen den auch breit. Ja, also es ist jetzt nicht sonderlich schön. Aber zum Aushärten langt's. Oder? Wie lange? 24 Stunden. Also bleibt mein Auto jetzt 24 Stunden hier drin stehen. Deutschland, genau. Okay. So, jetzt noch die Leiste hier hinten. Und dann haben wir es eigentlich. Nehmt es mir bitte nicht so übel, dass wir das jetzt hier alles relativ pfuschig gelöst haben. Das ganze Thema. Das Auto wird auf jeden Fall nochmal in Makeover kriegen. Und aktuell muss es einfach nur funktionieren und wieder halten. Deshalb nehmt es mir nicht so übel, wenn wir dem Auto jetzt notdürftig geholfen haben. Wir werden das auf jeden Fall nochmal ordentlich machen. Und eventuell in einer anderen Art und Weise. Ich habe ja gesagt, die Zubehörradlaufverbreitungen sind nicht so geil. Ich hätte gerne die Originalen. Die passen dann noch besser. Und eventuell kriegt er auch nochmal eine andere Farbe. Weil ich habe da irgendwas im Kopf. Weil das weiß ist schon cool. Aber ja, ich mag es eigentlich immer ein bisschen ausgefallener. Und dementsprechend. Ja, bleibt gespannt. Da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, Freunde. Im Großen und Ganzen soll es das für dieses Video gewesen sein. Wir haben am Caprior wieder ein paar Mängel entdeckt. Und haben ihn mal wieder ein bisschen sauber gemacht. Und die Radlager schon mal behoben. Bald müssen wir zum TÜV mit dem Bock. Das heißt, wir werden ihn jetzt noch ein paar Mal im Video sehen. Weil wir noch ein bisschen was vorbereiten müssen für den TÜV. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, auf jeden Fall abonnieren. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir sehen uns. Euer Freddy von der Tiefgarage. Und ich wünsche euch noch ein paar Mal im Video.